Da ist auch ein T-Rex. Ah, Tech-Rex. Tech-Rex. Oh nein. Oh ne, oder? Ja. 2 Stück. Und die gehen jetzt auf uns, oder was? Ja, und ein Standard-Rex ist auch dabei. Alles klar, verteidigen Waffenschießen. Machtraketen? Raketenwerfer machen, herstellen. Versuch die von der Seite, ihm geht zu Snipern. Das sind zwei Tech-Rexe. Zwei Tech-Rexe. Ja, sag doch, ich hab zwei Tech-Rexe und ein normaler Rex. Der eine hat kein Torso mehr, der rechte Rexe beide. Also die kommen dann lieber zu uns in Turrets, weil die können nur bis Turret reicht, weil sie schießen mit den Tech-Suttle. Shit. So ne Scheiße. Wie ich noch Harvesting anhatte. Ja. Raketenwerfer mit Munition wird hergestellt. Haben getötet. Der linke Rexrider ist down. Der ist vom Tech-Rex. Ja. Der auf dem Standard-Rexe ist auch ein Gegner, oder? Ja. Haut sich noch einer auf den Reno vielleicht? Ich weiß nicht. Haben auch den Rex getroffen, der steigt ab. Ja. Zweimal gehittet den Rexrider unten. Der Spieler ist fast tot unten. Der auf dem Schokobo, oder was? Ne, Rexrider. Auf dem normalen Rexrider. Ja. Ah, scheiße. Okay, ich brauch noch Raketen. Boah. Terry ist fast tot. Oh, dann geh erstmal hinter die Base. Boah, Ryan, hast du mich in Schocken. Was sind denn die Raketen? Äh, im Fabrikator. Da hast mir auch noch welche, wirklich. Warte mal, ich bin hier jetzt nervös. Ich wurde gefunden. Kannst du noch ein paar mehr machen, Ryan? Juhu. Wir sind auch surrounded. Wir sind am Lootfall. Da ist einer mit dem Schokobo auf der rechten Seite. Ja. Ja. Oh, ich hab jetzt mal Hits gegeben. Ich hab einen Rihorn. Soll ich den Rihorn benutzen, oder nimmst du den? Warte mal. Ja? Jetzt denkst du mit den Zähnen. Was mag ich? Ich muss die Autos mal reparieren. Okay, ich nehm den Rhino. Soll ich schießen? Ist irgendeiner in der Nähe. Dumm. Wir sind da hinten. Nur eigentlich bricht kurz ab. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, das ist auch nice. Jo, ich hab den auch vom Rex. Sehr gut. Voll weggebrief, Rhino. Ich hab mal einmal erwischt den Spieler auf den normalen Rex. Hier ist einer. Nice. Nice. Fuck, haben wir noch Snipermoni wo? Naja, oh ja, man. Ey, wenn wir die Rexsattel einsammeln, wären wir natürlich der Shit jetzt, ne? Ja. Ja, wir müssen die Rexe töten. Alle auf die Rexe drauf. Ist der tot auf dem Rex, oder was? Ja, ich glaub schon. Ich komme. Ich bin hinter dir. Wer ist das Bean? Ich bin auf demselben. Ich komm jetzt auch. Haben wir einmal erwischt? Oh, shit. Hatte ich auch erwischt, ne? Bam! Hast du erwischt? Autsch! Du hast mich erwischt. Ihn nicht, oder was? Ich hab's voll abgefangen, aber ich hab ihn stattdessen getroffen, richtig hart. Oh, ich bin fast tot. Und der Rhino auch. Auf der Katze ist kein einer von uns, oder? Ich überlege auch, ob das einer von uns ist. Ich erkenne das nicht. Also ich bin auf der Katze mit dem Rocket Launcher. Auf einem. Ah, okay. Aber die haben dann auch mit einer Katze unterwegs. Der Rex ist unbemannt, oder? Ja. Ja, ich hab den. Wir müssen den Köln. Aber ich bin ja noch dabei, Spieler zu gucken. Ja, da läuft ein T-Rex mit normalen Satteln und einer mit einem Tech-Sattel weg. Weg? Ja, die läuft weg. Gib mir den Sattel, ich will den Sattel. Ich will auch so einen Tech-Rex-Sattel. Ja, wir haben keinen Rex. Ja, aber wir haben dann schon mal einen Sattel. Ja. Es ist okay, hier hast du einen Schlafsack von denen. Ich hab wohl keinen Staminer mehr. Ich zerstere den Schlafsack. Ja, mach ich mal eben. Ich komme. Ich komme. Alter. Sind das jetzt schon wieder hier? One-Girl-Two-Torture, so wie die heißen. Hier ist einer. Äh, wer ist das? Maulwurfen hier. Vor mir ist einer. Ne, das sind die sechs Fragezeichen gewesen. Der, der ist... Nein, genau unter mir. Zum Looten. Achso. Ja, ich sehe den. Achso, zum Looten. Ja, ich wollte die Schlafsäcke grad wegmachen. Äh, ja, dann... Komm und mach sie weg mit einem Ammut. Dann passt ihr ja auch, dass ihr da kämpfen könnt. Okay, der wird gepoolt, oder? Ah, nee, warte, ich hab ein Compound-Po. Ich schieß auf den. Und 27 Schaden, glaub ich. Ich hab noch fünf Schüsse. Nicht schießen? Ich hab noch fünf Schüsse im Orchid-Launcher. Kann ich auch noch machen. Die würde ich... Die würde ich aber lieber sparen. Hat das vielleicht egal. Ich bin aber auch irgendwas, was sterben muss. Ui. Was? Maulwurfen ist auch so viel geil, ey. Der hat noch einen anderen Spieler gekillt. Ist da runtergesprungen? Ja. Der ist auf jeden Fall verschwunden. Na ja, der Pfeil. Der muss da unten noch sein. So, 4. Superfort steht. Ja, da unten läuft da. Soll ich ja mal ein paar Türen hinsetzen, oder? Nein. Lass ihn laufen. So. Und was ist wichtiger? C-Paste oder Kristalle? C-Paste. Ich weiß, es ist nicht beides wichtig. Ja, kümmere dich um C-Paste. Also hol dir einen Crosch. Einen Kristalle können wir hier easy holen. Ja. Hm. Ohne müssen wir noch gar nichts zahlen. Brauchst du den Crossbow? Ich nehm... Ich nehm hier... Trank Errors. Okay. Drei Tiger. So, einer müsste sich kümmern, dass die Fortis sind. Da vorne ist einer. Auf der linken Seite. Ich tue so, als ob ich an ihm vorbei laufe. Wir haben gekillt. Ah ne. Scheiße. Die eine. Da ist runter gesprungen. Okay, wir brauchen jetzt halt nur noch 4900 Metall. Dann... Komm, ich hab' aber... Der Typ ist zu Fuß in einem Felsen. Hm, für den Tiger. 4900. Was heißt das? Schnecke hat 3000 oder mehr Elemente. Ich hab' mich gebullert. Hab' die das gesehen? Haben getürtet. Ja, okay. Ich hab' die... Konzentriert euch mal, jetzt muss ich noch auf dem T-Rex. Jo. Hast du mir gelobetet? Ne, ich hab' die gebullert. Okay. Ich hab' die gebullert. Ich hab' die gebullen. Du bist ein Wrap'n. Ich hab' die gebullert. Ich hab' den, der Messiahen. Ich hab' den, der Mann, der Jürgen. Ich hab' den, der Mann, der Läge. Ich hab' die Knilles, den Mann, der Säger schauscht. Kannst du mir ansprănst. Das ist mir meinen, der Mann, der Mann. ich hab' den Mann, der Mann! Kommt her, ist da hinten noch ein Schlafvergebung? Ist irgendjemand dabei in mir teilzuholen? Noch 120? Oh, irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das Ding heute noch habt. Also erst dachte ich, wir stellen das in der ersten Stunde, dann dachte ich, ok, den Sport kann man aber aufgeben. Ich habe das aber immer noch nicht ganz verarbeitet. So gut, Leute, TK Picador, jetzt in Mache. Jetzt muss ich ihn noch nur platzieren. 16,5 XP, yes. Ich kann ihn leider nicht platzieren. Okay, das ist schade. Oh, ich guck mal da links, da muss ich irgendein Schlafverzeihung. Das Turret hier könnte ich noch spüren. Hey, wieso kann ich ihn denn nicht setzen? Ach, hier sind noch solche Wände. Okay. Die Wände hier, die können sein, ich weiß auch nicht, die Kabel da oben, ob die stören. Die werden nicht einschätzen. Ich denke, wenn die Wände wegkommt, muss man es gehen. Das ist nur noch die Kabel da oben 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 unten. Kannst du mir die Kabel jetzt noch ein bisschen tun? Passiv, bitte? Ja. Ja? Ja, ja? Gibt es uns? Jetzt. Ja, ja, jetzt geht's. Ich würde die hier sushi. Ich würde jetzt gern mit dich. Gibt die hier hin? Passiv, bitte. Ach, da rennen wir da ein Typ. Ach hier, da ist auch noch eine. Links. Oh, gut kill. Jetzt kann ich es mit dich platzieren. Ok. Mal so, ja. Ob das passt? Na dann. Boop. Tudum. Sieht geil aus. Und es passt perfekt rein. Also das war die Planung auch gewesen. Vier Superforges und exakt das Ding rein. Und ja genau. So Leute, wir haben Tech Replikator. Nice. Ja, ist alles da, genau. So, ich würde vorschein, dass wir das nächste... Wir machen jetzt erstmal Ausrüstung, Tech Ausrüstung und Tech Waffen vor allem auch. Wir haben so viele Elemente, aber dann haben wir richtig mit Muni erstmal. Was wäre da, ey, was ist denn krampf? Ach, krass. Ja. So. So. Ich bin schon traurig. Okay, Tech Rifle. Wir machen erstmal zwei Stück. Ich habe ne Tech Waffen. Und das ganze an den Dingern ist ja, dass du damit auch, ähm, ein Element habe ich mit denen auch Metallstrukturen und so zu stellen kannst. Was ziemlich übel ist. Hier muss man doch noch Element haben, oder? Hier ist nichts mehr. Ist hier drin? Ist kein Element. Müssen wir gleich mal gucken, was die ganzen Ausrüstungsringstände und so dann kosten. Moment. Ja, das macht nämlich auch mit Schaden am Metall. Es war jetzt auch 30, aber besser ist nichts. So, ähm, Chess Piece. Jetzt fehlt's. Aber ich brauche halt echt Eisen. Eisen ist, äh, es kostet alle so wie so 400 Eisen. Das ist kein so ein Teil. Boah. Da ist schon... Oh. Das weg, ne? Ja, wir brauchen... Oh, nice. Wir brauchen auf jeden Fall... Den Helm brauchen wir aber auch grad die, die Tame wollen. Wegen diesem Randen. Das ist übelst nice. Dann brauchen wir die Schuhe. Auf die Handschuhe kann man vielleicht erstmal verzichten. Jo. Und die Beinlinge brauchen wir auch, um Speed zu machen, ne? Glaub ich? Ne, das... Ja genau, die Beinlinge, das geht. Ja, okay. Ja, okay, dann lass erstmal für den Tech-Generator sparen. Die Tech-Turals sind übelst billig, Alter. Ja, das ist nice. Ist richtig billig. Kosten die dann? 100 Metall, 50 Poly, 3 Element, 100 Elektronik und 50 C-Paste. Oh, geht voll klar. Da ist Level 30. Jo. So. Attack-Generator. Ab geht's. Die ging ja schnell. Ich werd' ernst. Was ist das? Der Baden? Hast du ihn hingestellt? Da ich? Hast du was? Ich mein, hier kann man ja eh nicht anlaufen, dann kann ich ihn einfach hier platzieren. Jo, mach einfach. Wo hatte ich hier einen Punkt? Ich weiß nicht, ob ich da noch rauskomme. Das ist grad mir ne Sorge. Ach, Ding, schauen. Ach, Krebschalen. 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 Okay, dann platziert. Jetzt komm ich hier. Oh, ich komm noch raus. Du hast ja auch schon den Anzug. So, Achtung Leute, gleich haben wir ein Tech-Generator. Äh, Ding wird angeschossen. Das ist Reno. Okay. Ich weiß nicht. Seidige. Wir haben nen Tech-Generator jetzt. Nice. Machst du ne An? Ist schon An. Machst du auf groß? Machst du die Reichweite auf weit? Braucht er dann mehr Element? Ich weiß nicht, aber jetzt reicht er auf jeden Fall nicht aus. Wenn du von außen guckst, siehst du, dass er gerade mal ganz wenig der Base beinhaltet. Der hat so ne Aufbau. Ja. Das kann man auf jeden Fall von der rechten Seite so wie die Schüsse sitzen im Rino. Radiusoption. Maximum. Jetzt maximal. Oh ja, jetzt hat er die Base auf jeden Fall mit drin. Komplett alles. Oh ja, da kriegen wir auch ein gutes Ding. So. Jetzt Tech-Turals. Ja, ich hab hier noch welche hier. Mit Switch, Metall haben wir auch. So. Na dann. Noch 40 Electronics, vermutlich ein zweites Mal. Ja, ich hab schon welche angeschmissen. Aber ich glaub, es fehlt an Metall bei Elektronik. Ne, ne, ist genug drin. So. Okay, Moment. Da kann ich jetzt gleich noch einen Anzug benutzen. Wenn ich meinen Elektronik koste ja Metall zum Herstellen. Ah, hier oben ist noch was. Ich hab ein bisschen zu viel Wasser getrunken. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Ich hab da eben auch noch 1500 Watt. Oder hast du? Ne, ne. Ah, dann kippst du die. Oh ja. Oh ja. Ja. Ja, 1500 drin. Hast du einen gewonnen? Ja. Okay. Scheuer. Ja. Scheuer. Okay. Ja man,redீ Han.